Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten. Hier ist wieder euer Bauer Call mit der beliebte Sendereihe. Wir halten uns auch nach Monaten noch an die notwendigen Maßnahmen. Könnt ihr gucken hier, guckt mal schön, die Liegestühle bei herrlichem Sonnenwetter. Alles leer. Bauer Call hat die ganzen Berliner nach Hause geschickt, weil mit negativen Corona-Tests müssten die hier noch fünf Tage in Quarantäne, bevor die normal über den Dorf konsumen können oder so. Da bleibt ja vom Urlaub nur noch zwei Tage übrig, falls sie eine Woche hier sind. Ja, ja, wir passen schon auf, dass uns in die aktuelle Krise nichts passiert. Wir halten zur Stange. Unsere Meniskus-Präsidentin Manutella Schweselich hat ja gesagt, weil wir so hart sind in den Einhalten von den Maßnahmen. Deshalb haben wir hier keine Infektion. Bis auf Rinderwaren. Ich jetzt zum Beispiel. Ich glaube ja, das liegt an was anderen. Das liegt daran, dass es hier so wenig Leute gibt. Aber man muss ja auch mal Glück haben. Zurzeit können wir das gebrauchen. Schönes Wochenende. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.